Hey Freunde, ich bin jetzt etwas leiser, denn es ist gerade 3.20 Uhr, ihr fragt euch jetzt, warum ist er so lange wach? Das hängt nicht zusammen, dass ich ganze Zeit meine Seite aktualisiert habe, bis ich endlich 109.000 Abonnenten habe. Yay! Ich bin ziemlich aufgeregt gerade, ich weiß auch nicht wieso. Vielleicht liegt das aber auch daran, dass ich gleich einen Flug vor mir habe und ich irgendwie Flugangst habe, verdammt. Und ja, ich warte auf mein Taxi, es kommt gleich in 20 Minuten, dann geht's ab nach München zum Call of Duty Event. Ich wollte euch jetzt schnell Dankeschön sagen, wenn ihr dieses Video seht, bin ich wahrscheinlich schon dabei, Alperte und Mr. Moorgame fertig zu machen, natürlich. Und ich wollte euch Danke sagen für eure ganze Unterstützung in letzter Zeit, für alles, für eure Kommentare, für alles, dass ihr dabei seid. Die Streams sind wunderbar, die letzten Streams waren alle so richtig sexy, ich weiß nur, mein erster Stream, das muss ich aber später in einem irgendwie ein Special verpacken. Ich weiß noch nicht genau was, aber ich werde es ja dann euch zeigen. Ich war wirklich sehr, es hat mich gefreut, es ist, in mir ist wirklich was gestorben. Ne, Moment, es ist nicht gestorben, ähm, vor Freude, vor Freude ist etwas gestorben. Und, äh, was wollte ich noch sagen? Five Nights at Freddy's kommt heute nicht, denn ich bin irgendwie, ich war, ich war fick und fertig. Ähm, ich versuche gerade im Hintergrund noch schnell 514 Musikstücke auf mein iPod zu packen, damit ich irgendwie was höre und mich ablenke. Ich habe echt Angst vor diesem blöden Flug und, äh, schön, dass ich sie noch vor dem Flug sehen konnte. Die 100.000 auf meinem Kanal sieht gerade so aus, als würde ich wieder von vorne anfangen mit den ganzen Nullen. Ähm, ich verplapper mich, ich schneide jetzt auch nicht so viel, weil keine Zeit, keine Zeit für Five Nights at Freddy's. Dafür am 14. dann, wenn ich zurückkomme, gibt es dann wieder Five Nights at Freddy's. Bis dahin habt ihr bestimmt bei Marketplay oder sonst wo Tipps für mich, ähm, geklaut und, ja, vielen lieben Dank und ich bin auch total fertig. Ich bin seit, 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 ähm, also ganz Zeit wach. Ich habe jetzt nicht geschlafen und die letzte Nacht bin ich auch um 5 Uhr nachts schlafen gegangen, weil ich dem Kobaltstreak zugeschaut habe, wie er den, äh, Platinumgott geholt hat. Und dann bin ich schlafen gegangen und bin dann so um 9 aufgewacht und jetzt habe ich gar nicht geschlafen. Ich habe gerade versucht zu weinen, aber es geht nicht. Okay, lassen wir es. So emotional ist es jetzt doch nicht. Und, ähm, ich würde sagen, ich warte auf mein Taxi und bis die Tage. Vielen lieben Dank. Es ist wunderschön mit euch. Und es ist richtig männlich mit den anderen männlichen Zuschauern. Ähm.